Was ist los bei ClickCash? Haben wir den ersten Kreditgeberausfall auf Income Marketplace? Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter weitere unschöne Nachrichten mit Zahlungsverzögerung bei Reinvest24, dafür aber auch schöne Zinserhöhungen im P2P-Umfeld, die Seed-Finanzierung von Lande und wir sprechen natürlich auch über den Start des Peerberry-Spinoffs Crowdpeer. Alle weiterführenden Infos zu den heute besprochenen Themen findet ihr wie immer im passenden Blogartikel dazu, der in den Shownotes verlinkt ist. Und jetzt viel Spaß! Ja, es hatte sich in den letzten Wochen schon angekündigt, aber nun ist es offiziell. Income Marketplace suspendiert mit ClickCash aus Brasilien den ersten Kreditgeber seit Bestehen der Plattform. Grund dafür ist die Nicht-Einhaltung der Einlösung der Rückkaufgarantie. Seit September stottete der Rückzahlungsmotor bereits, aber nun kam zuletzt nichts mehr zurück, was zur Suspendierung führte. Was nun kommt, das kennen wir eigentlich nur allzu gut von Mintos. Man geht in die Diskussion mit dem Kreditgeber, der scheinbar noch mit Income kommuniziert, und versucht eine Lösung zu finden. Interessant wird hierbei aber nun sein, ob die hoch angepriesenen Sicherheitsfunktionen wie Cashflow-Buffer und Junior-Share den Investoren wirklich einen signifikanten Vorteil bringen werden und wie Income diese ganze Situation lösen wird. Ließt man sich den Steckbrief des brasilianischen Kreditgebers durch, dann kommt es einem eigentlich so vor, als könnte überhaupt nichts passieren, da alles eigentlich überbesichert ist. Wollen wir schauen, ob Sie das Versprechen einlösen können. Mit knapp 180.000 Euro ausstehendem Kapital ist ClickCash jedoch im großen Ganzen kaum relevant. Ich selbst bin mit ca. 430 Euro dabei, was nicht viel ist, aber immerhin ein Großteil meiner bisher verdienten Zinsen bei Income Marketplace ausmacht, denn so lange bin ich ja auch noch nicht dabei. Aber nicht nur Income Marketplace kämpft mit zahlungsunwilligen Partnern. Auch die Immobilienplattform Reinvest24 rennt aktuell hinter den Zinszahlungen der moldawischen Projekte her, von denen eine ganze Menge betroffen ist, da hinter allen der gleiche Immobilienentwickler steckt, der wohl Cashflow-Probleme hat. Für ganze sieben Projekte wurden bis heute keine Zinsen gezahlt. Erst dieses Ende Oktober sollen sie kommen, dann war es letzte Woche soweit, aber bis heute sind meinem Wissen nach keine Gelder eingegangen und Reinvest24 sucht nach einer Lösung. Wenn ich es richtig verstehe, dann steht hinter allen Projekten das Unternehmen Kiersan, welches auch Teilhabe an Reinvest24 ist. Einige von euch, die auf der Invest waren, die erinnern sich vielleicht an die Jungs, denn die hatten dort ihren eigenen Stand. Hoffen wir mal, dass es sich um kein größeres Problem handelt. Ich selbst bin lediglich noch mit einem moldawischen Projekt investiert, da ich diese in der aktuellen Zeit einfach für zu risikoreich halte. Bisher hat Reinvest24 in Sachen Ausfällen aber noch eine weiße Weste, wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Im letzten Quartal diesen Jahres könnten sich also doch noch auf diversen P2P-Plattformen einige Investmentrisiken realisieren. Ich hätte ja schon angedeutet, dass ich davon ausgehe, dass das letzte Quartal eventuell etwas holpriger werden könnte. Dazu passt übrigens auch, dass so gut wie jede Woche von irgendwoher Zinserhöhungen ins Haus flattern, die schon ein bisschen signalisieren, dass ein Investment in P2P-Kredite Risiken haben kann. Was für eine Überraschung. In der letzten Woche waren die lettische Crowdfunding-Plattform Capitalia und der estnische P2P-Marktplatz Monestro dran. Auf Capitalia stiegen für ein Projekt die Zinsen von 10 auf 12 Prozent und auf Monestro hob der isländische Kreditgeber seine Zinsen für kurzfristige Kredite von 9,7 Prozent auf 10,7 Prozent an. Abseits meines offiziellen Portfolios habe ich auf Monestro nun schon einige Investments mit meiner Crypto.com-Karte gemacht, mit der man dort einzahlen kann. Hier war es mir möglich, via Cashback meine Rendite nochmals um 3 Prozent zu erhöhen. So werden in meinem Fall aus den 10,7 Prozent 13,7 Prozent. Und das bei wirklich sehr kurzen Laufzeiten. Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Die Plattform ist durchaus spannend. Da gibt es schon seit einiger Zeit auch eine umfangreiche Anleitung dazu auf meinem Blog. Auch zu dem Teil, wie ihr hier Cashback bekommen könnt. Dazu einfach in meine P2P-Tutorial-Sektion gehen und nach Monestro suchen. Und die nächste News. Seit letzter Woche könnt ihr Shareholder auf der Landwirtschaftsplattform Lande werden. Diese haben ihre Finanzierungsrunde für den Geschäftsausbau auf Seedblink gestartet. Seid ihr einmal dort kostenfrei angemeldet, könnt ihr euch alle relevanten Dokumente anschauen, sollte ein Investment für euch in Frage kommen. Mit 2.500 Euro seid ihr dabei und falls ihr Seedblink-Club-Member seid, dann schon ab 1.000 Euro. Insgesamt knapp eine halbe Million Euro soll eingesammelt werden, wobei 150.000 über Seedblink kommen soll. Das Geld wird primär für den geografischen Geschäftsausbau genutzt. Und im Briefing auf Seedblink ist die Rede von Rumänien, das war mir bekannt, aber auch Griechenland sowie Bulgarien. In Anbetracht dessen, dass weniger als 1% aller Landwirte aus dem Baltikum kommen, kann man sich leicht vorstellen, was das Geschäftsmodell von Lande noch in der Zukunft für Möglichkeiten bietet. Und dann haben wir noch eine letzte spannende News. Anfang des Jahres wurde es bereits angekündigt und seit letzter Woche ist man offiziell online. Peerberry hat seinen Ableger Crowdpeer gestartet. Einer der Gründe für Crowdpeer ist die Trennung zwischen Konsumdarlehen und Crowdfunding-Projekten. Während es auf Peerberry einen Mix aus allem gibt, werdet ihr den auf Crowdpeer nicht finden. Zudem bot die Trennung die Möglichkeit der Regulierung in Litauen. Anders als Peerberry ist Crowdpeer also von der litauischen Zentralbank reguliert, was die üblichen Vor- und Nachteile mit sich bringt. Aktuell ist noch kein Projekt auf Crowdpeer gelistet, das soll aber in Kürze passieren. Auf Crowdpeer werdet ihr Immobiliendarlehen, Geschäftskredite sowie Energieprojekte finden. Zudem habt ihr auf der Plattform auch alle Vorteile, die ihr von Peerberry kennt. Beispielsweise das Loyalty-Programm mit Bonuszinsen sowie den Willkommensbonus von 0,5% auf die ersten 90 Tage. Ich bin gespannt, was sich dort in den nächsten Wochen tun wird und habe mich mal vorsichtshalber schon mal angemeldet.